Ich mache das letzte Motiv auf die Tasse und damit ist sie dann auch fertig. Das heißt, ich kann sie Lucy schenken. Ich wollte Flyers draufschreiben und Teresa hat mir dabei geholfen, die Farbe auszuwählen. Sie hat sich für blau entschieden und wenn es hässlich ausschaut, dann kann ich es einfach auf Teresa schieben. Ehrlich gesagt ist die blau etwas untergegangen bei dem Lila. Weshalb ich mir dachte, ein weißer Rand wäre eine gute Idee. Aber ich hatte einfach keinen dünnen Pinsel. Weshalb die Idee wahrscheinlich nicht so gut war. Naja, insgesamt hätte ich die Tasse echt noch besser hinbekommen. Aber ich hatte super wenig Zeit dafür. Deswegen sieht es so aus, als hätte es ein Drittgläser gemacht. Ich denke, sie wird sich trotzdem freuen und jetzt muss ich es nur noch verpacken.